hallo und herzlich willkommen ich bin euer play tv und begrüße euch zu einer weiteren folge vom landwirtschaftssimulator 2019 auf der holzermap zusammen mit dem berger ja leute letzte folge haben wir angefangen zu insulieren vom groß mit komplikationen wegen der season mode und was war es denn ich weil wir heute jetzt die sommerpause gehabt haben und deswegen das mit dem hei und so nicht funktioniert hat aber ich werde jetzt mal kurz was probieren ich habe jetzt ein bisschen groß drinnen im heiwagen so fünf prozent also im ladewagen und jetzt wollen wir auf zu dem was man letzte folge fabriziert haben weil das probieren ein bisschen einführen und wenn das jetzt alles groß wird dann haben wir bis zu glück ja der bergert da oben silo treten für mich vielen dank fünf prozent ist viel zu wenig und prozent dann wird los den haufen auf und viel zum schluss du musst das andere einführen dann sehen wir ja passt ich würde es auch noch helfen dann fahr ich mal da oben los einmal komplett oben krampolieren hat keine kollision alles klar und leute darf das ist nicht zu langweilig wert obwohl ich darauf schriftet bin wer da im laps einbauen muss dass sie da das komplette am 1 4 dann würde ich sagen wir sehen wir uns noch der timelapse wieder dann bis gleich bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020